So, der letzte Schritt besteht nun darin, die Energiebilanz für unser Gebäude tatsächlich zu berechnen. Wir haben alles erforderliche hierzu kennengelernt. Das heißt, wir können die Energieverluste in Folge Transmission durch die Bauteile berechnen. Dach, Spitzboden, Außenwand, Abseite, Bodenplatte, unbeheizte Räume im Keller oder unbeheizte Räume neben dem Gebäude. Ich kann bilanzieren die Energieverluste in Folge Lüftung durch mechanische Lüftungsanlagen, Infiltration, oder auch Fensterlüftung. Und jetzt gilt es, diese Energieverluste ins Verhältnis zu setzen zu meinen Wärmegewinnen in Folge solare Einstrahlung oder auch interne Wärmegewinne in Folge Geräten, Personen und so weiter. Wenn ich dies tue, dann erhalte ich als Ergebnis eine bestimmte Form der Energie. Das, was ich zunächst berechne, ist nämlich die Heizenergie, Heizwärmebedarf und das ist die Nutzenergie meines Gebäudes. Das ist der erste Bilanzierungsschritt. Über die Transmission und Lüftungswärmeverluste kann ich den Heizwärmebedarf bestimmen und der Trinkwarmwasserbedarf den später addieren, pauschal. Jetzt muss diese Wärme bereitgestellt werden durch eine Wärmeerzeugung. Die Wärme muss im Haus gespeichert werden, in einem Warmwasserspeicher zum Beispiel. Sie muss verteilt werden im Gebäude und dann schließlich übergeben werden. Und bei jedem dieser Erzeugungs- oder Prozessstritte entstehen Verluste. Diese Verluste kann ich nun zusammenfassen und eine quasi Effektivität der Anlage berechnen oder Ausnutzungsgrad oder Aufwandszahl und erhalte so den Endenergiebedarf meines Gebäudes. Das ist dann der zweite Schritt. Und mithilfe dieses Endenergiebedarfs kann ich auch die Energiekosten in etwa abschätzen und berechnen. Als weitere Besonderheit, da komme ich jedoch später darauf zurück, ist, dass ich an dieser Stelle hier den Nachweis nach EE Wärme G führen muss. Habe ich nun die Endenergie ausgerechnet, kann ich wiederum aus der Endenergie in einem dritten Bilanzierungsschritt meine Primärenergie ausrechnen, die dann auch weitere Energieverluste des Systems, zum Beispiel die Verstromung von Braunkohle, die Verteilung des Stroms im Stromnetz bis hin zum Endenergieverbraucher berechnet und berücksichtigt. Zu all diesen Bilanzierungsschritten sind weitere Videos verfügbar.